Ja, okay. Also ich werde jetzt mal kurz versuchen, irgendwie nochmal kurz zusammenzufassen, worum es um Netzneutralität geht. Ich werde nicht mehr weit ausholen, weil wir haben es ja schon auf vielen netzpolitischen Armen gemacht. Im Moment droht uns von der EU eine Verordnung zum digitalen Binnenmarkt. Ich kann mir den ganzen Namen nicht merken. Zusammengefasst wird das unter dem Hashtag ConnectedContinent. Schuld ist unsere EU-Kommissarin für den digitalen Binnenmarkt, Neli Größ. Also gerüchteweise wird sie demnächst in Rente gehen. Bis dahin möchte sie noch diese EU-Verordnung durchsetzen. Wir sind erstmal nicht gegen den Binnenmarkt. Wir finden eigentlich Binnenmarkt super. Wir würden gerne irgendwie überall aus jedem Land unsere Lieder runterladen können und finden diese ganzen Schranken irgendwie bei iTunes, Amazon und Co. irgendwie bescheuert. Aber wir finden es ein bisschen falsch, wie diese EU-Verordnung jetzt mal kurz vor Schluss irgendwie ja quasi vollbracht werden soll oder über die Bühne gebracht werden soll, weil es werden verschiedene Dinge vermixt. Neli Größ hat jahrelang EU-Konsultationen gemacht zur Netzneutralität, ist immer rumgesprungen, hat gesagt, sie möchte die Netzneutralität schützen. Und herausgekommen ist eine Verordnung, wo sie selbst sagte vor einem Jahr, naja, jeder muss was geben. Und wir dachten schon, okay, wenn jetzt jeder was geben muss, dann heißt das irgendwie, Verbraucher bekommen irgendwas und Telcos geben irgendwas. Und umgekehrt, das sieht nicht gut aus für Netzneutralität. Und herausgekommen ist ein Konstrukt, wo sie der Meinung ist, naja, also irgendwie muss das mit Roaming gelöst werden. Roaming ist ein Problem, kennen wir alle. Und hat halt gesagt, naja, Verbraucher bekommen Roaming. Abgeschafft, irgendwie. In der Realität würde das nicht so kommen. Aber dafür geben wir halt den Telcos das, was sie wollen, nämlich weniger oder keine Netzneutralität. Wir finden diesen Deal irgendwie in Farn. Das ist eigentlich eine Katastrophe, zumal aus Verbrauchersicht eine Sache zu bedenken ist. Natürlich kann man einfach mal Roaming verbieten, aber dann fangen halt die Telcos an, irgendwie unsere inländischen Verträge irgendwie zu erhöhen, weil Roaming finanziert ihnen irgendwas. Und vor allen Dingen, der Deal, das gegen weniger oder keine Netzneutralität einzutauschen, ist halt eine große Verarschung. Auf jeden Fall machen wir seit drei Monaten, seit dem CCC-Kongress, die Kampagne auf safe-the-internet.eu. Diese Verordnung wird halt kurz vor Schluss durchgedrückt, weil, ihr habt es eben mitbekommen, EU-Parlament wird demnächst neu gewählt. Das Ganze ist irgendwie erst im Sommer eingebracht worden, so im Schnelldurchlauf, bloß keine Diskussion. Und gleichzeitig unter diesem Roaming-Framing nach dem Motto, alle Abgeordneten oder Kandidaten können dann rumlaufen und erzählen, die EU löst eure Probleme und schafft das Roaming ab. Dann könnt ihr im Urlaub irgendwie so viel surfen, wie ihr wollt, damit bloß keiner über Netzneutralität redet. Wir versuchen irgendwie das Ganze auf die eigentlich wichtige Debatte rumzubringen. Auf safe-the-internet.eu findet ihr alle relevanten Infos. Und eigentlich sollte vergangene Woche schon die erste wichtige Vorabstimmung stattfinden, im sogenannten IDRE-Ausschuss. IDRE ist ein Ausschuss, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann. Ich nenne ihn mal Industrieausschuss. Und dieser Industrieausschuss ist der federführende Ausschuss. Im EU-Parlament läuft das so wie in jedem Parlament. Es gibt halt einen federführenden Ausschuss, in diesem Fall Industrieausschuss. Es gibt verschiedene andere Ausschüsse, die empfehlen dem Industrieausschuss was, aber das ist eigentlich egal, weil letztendlich entscheiden die Abgeordneten in diesem Ausschuss, was dann wiederum als Empfehlung ins EU-Parlament reingeht, was in Straßburg so aussieht. Und das EU-Parlament ist so halt wie jedes Parlament irgendwie aufgeteilt. Die wenigsten können sich mit allen Themen beschäftigen. Eigentlich keiner kann sich mit allen Themen beschäftigen. Es gibt eine Spezialisierung. Das heißt, Fraktionen hören in der Regel auf ihre Experten, die in einem Ausschuss sitzen und ihnen irgendwas empfehlen. Und wenn jetzt dieser IDRE-Ausschuss eine Empfehlung tätigt, dann wird wahrscheinlich das EU-Parlament letztendlich im Plenum den Empfehlungen folgen. So läuft das in der Regel ab. Und dieser IDRE-Ausschuss, Industrieausschuss, sollte irgendwie vergangene Woche schon eine Vorabstimmung machen. Aber das ist gescheitert. Was eigentlich ganz gut ist aus unserer Sicht, weil wir haben wahrscheinlich keine Mehrheit gehabt. Das liegt aber unter anderem daran, dass die Konservativen im EU-Parlament über 40 Prozent haben. Und dann gibt es ja noch die Liberalen und noch irgendwie Durchgeknallte und den ganzen Rest. Und gescheitert ist es skurrilerweise hieran. Kann man sich nicht vorstellen, aber in diesem Industrieausschuss sollte es zwei Abstimmungen geben. Erstmal über irgendeine Regulierung von Plastiktüten, um Müll in der EU zu beseitigen. Gutes Thema. Das haben aber die Konservativen, die eigentlich die Mehrheit hatten in diesem Fall, verhindert mit einem Geschäftsordnungstrick. Kennen vielleicht die Piraten bei uns. Geschäftsordnungstricks kann man immer anwenden, egal worum es geht. Sie war nämlich der Meinung, anscheinend hatten sie keine Mehrheit, dass halt die ganzen Änderungsanträge nicht in allen EU-Sprachen übersetzt waren und deswegen ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung da war und man konnte diese Abstimmung nicht durchführen. Das haben dann die Befürworter von Netzneutralität gleich in der nächsten Abstimmung wiederholt und auch darauf hingewiesen, dass halt nicht alle Übersetzungen da waren. Und deswegen haben erstmal irgendwie Plastiktüten eine Abstimmung gegen Netzneutralität verhindert. Ein Novum in der EU. Aber das Problem ist, die wiederholen die Abstimmung. Das wird wahrscheinlich am 18. sein in der nächsten Sitzung. Und wir haben vor allen Dingen drei Hauptkritikpunkte, für die es jetzt gilt, irgendwie zu kampagnen. Und einerseits fordern wir eine klare und eindeutige Definition, was Netzneutralität ist. Das ist immer das Problem. Alle sind für Netzneutralität. Aber wenn man mal in die Definition reingeht, dann meint die Telekom was ganz anderes von Netzneutralität, als was wir meinen. Dann gibt es ein ganzes Kapitel zu Specialized Services. Da reden dann Politiker immer davon, dass Telemedizin ermöglicht werden soll, weil ja keiner irgendwie auf dem Operationstisch sterben soll, weil irgendwie ein Video schneller durchgeleitet werden soll und bla bla bla. Wo wir uns immer fragen, wäre es eigentlich so blöd, irgendwie übers offene Internet Operationen zu machen. Also das hat ja allein schon Haftungsfragen mit Versicherungen, die halt viel zu komplex sind, um das tatsächlich zu realisieren. Aber wir sind halt der Meinung, Specialized Services werden da einfach so eingeführt. Wir brauchen eine klare Definition. Weil wenn wir uns die Drosselcom-Debatte im letzten Jahr angucken, da wollte oder will jetzt die Telekom Managed Services, in der EU heißt es Specialized Services, einführen, um einfach mal alles machen zu können, so dieses Zweiklassennetz zu schaffen. Und wir wollen das Specialized Services oder diese Specialized Services so definieren, dass keine Online-Dienste damit gemeint sind. Also dass halt solche Verträge, wie die Telekom mit Spotify macht, einfach mal zu sagen, naja, wir bevorzugen jetzt irgendwie unser Partnerunternehmen und benachteiligen damit alle anderen. Und dass das einfach mal klar verboten wird. Und damit halt die Netzneutralität klarer definiert wird. Plus, das hat mit der Drosselcom auch zu tun, wir wollen eine klare Regelung, dass Diskriminierung auch außerhalb monatlicher Volumina verboten wird. Also mit anderen Worten, dass halt die Drosselcom-Geschäftsmodelle, so wie von Telekom und Co. gewollt sind, einfach nicht möglich sind. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, es gibt halt Mehrheitsverhältnisse. Die Konservativen, habe ich schon genannt, die sind halt leider schmerzfrei, bleiben halt die ganzen anderen Fraktionen, die wir da haben. Und es steht und fällt im Moment so ein bisschen mit den Liberalen. Ihr kennt sie noch, sind nicht mehr im Bundestag vertreten, aber sie sitzen noch irgendwie mit über 10 Prozent im EU-Parlament. Das liegt daran, dass halt in anderen Ländern irgendwie Liberale noch ein bisschen stärker sind. Wir sitzen aber auch, glaube ich, mit 10 FDP-Lern irgendwie im Europaparlament, zumindest im Moment. Und da haben wir im IDRA-Ausschuss, im Industrieausschuss halt vor allen Dingen zwei Personen. Das ist Jens Rohde. Jens Rohde ist Däne. Und das ist eine Collage, muss man dazu sagen. Also die Rakete und Master of the Universe ist irgendwie dazu geschrieben. Jens Rohde ist dänischer Liberaler und ist der einzige liberale, oder der einzige EU-Abgeordnete sogar, der sich verweigert hat, in den Transparenzangaben, die neu sind, seinen Ex-Beruf zu nennen. Weil er meinte, er ist halt nur seinen Wählern verpflichtet, zuvor hat er eine Firma gehabt, darüber will er halt nicht sprechen. Und er hat sich halt gegeben, sein letzter Titel war Master of the Universe. Und sein letzter Jobtitel. Jens Rohde, Facebook sehr gern auf Dänisch. Aber es gibt halt zum Glück Übersetzer, die das alles zusammenbringen. Und er hat sich da auf Facebook groß ausgelassen, über all diese Akta-Gegner, die jetzt für Netzneutralität sind. Und das ging überhaupt nicht. Und Netzneutralität wäre Kommunismus und so weiter. Könnt ihr alles auf edri.org lesen. Wir haben da auch aufgegeben, auf netzpolitik.org darüber zu berichten, weil das war uns echt zu arm. Aber unser Problem ist, es gibt auch einen FDP-Abgeordneten, Jürgen Kreuzmann. Der ist leider auch etwas schmerzfrei in diesen ganzen Fragen. Es scheint so zu sein, dass andere deutsche Liberale eher pro Netzneutralität sind. Aber leider sitzen die nicht in diesem Ausschuss, sondern eher sitzen im Ausschuss. Und wenn er dafür stimmt, dann werden die anderen wahrscheinlich auch eher dafür stimmen. Also unser Ziel ist, wir wollen halt verhindern, dass das Internet zu einem Kabelfernsehen wird. Und wir brauchen dafür Unterstützung, weil alleine schaffen wir das nicht. Wenn euch Hintergrund irgendwie interessiert, wir haben einen Wegweiser durch das Brüssel-Labyrinth. Das erklärt nochmal die EU für Einsteiger auf 30 Seiten. Aber geht vor allen Dingen auf safestheinternet.eu. Wir haben auch einen Special Service eingerichtet, der noch nicht über Specialized Services funktioniert. Ihr könnt nämlich Faxe schicken, wenn ihr wollt. Wir dachten halt, naja, wir wissen halt, wie so ein EU-Parlament arbeitet. Die haben alle ihre Spam-Filter. Wenn irgendwelche Begriffe auftauchen, dann schicken wir ihnen Faxe, weil da gibt es halt keine Spam-Filter. Und wendet euch an unsere EU-Abgeordneten. Die Mehrheitsverhältnisse sehen halt so aus. Also Grüne und Linke haben wir auf unserer Seite. Sozen größtenteils auch. Das Problem ist, also Sozen in Deutschland sind anders als Sozen in Frankreich und so weiter. Und wir wüssten halt noch nicht, wie die französischen Sozen, die da in der Regierung sind und eher jetzt gerade umgestimmt werden, wie die letztendlich stimmen. Aber die deutschen Sozen sind eher safe. Ansonsten können wir sie halt echt dafür an die Wand stellen, also ins Block stellen und zumindest darauf hinweisen, dass sie erzählen sind für Netze und Realität. Aber sind sie eigentlich nicht. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Aber letztendlich geht es halt darum, wir haben da rund zehn deutsche liberale Abgeordnete. Die sollen mal klar sagen, was sie zu diesem Thema zu sagen haben. Weil am 18. stimmt der IDRA ab, der Industrieausschuss. Und am 1. April soll schon das EU-Parlament als Ganzes darüber abstimmen. Also wir haben nur noch irgendwie knapp einen Monat Zeit bis zu dieser Abstimmung. Und wenn diese Verordnung durchkommt, gibt es zum Schluss noch ganz wenig Möglichkeiten, da einzugreifen. Weil das wird ein großes Problem. Natürlich kann der EU-Rat sagen, er will da vielleicht was anderes. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Deutschland mit Angela Merkel sagen wird, sie will Netzneutralität. Also guckt nur mal in den Koalitionsvertrag. Das war Thema Netzneutralität. Wir haben noch ein anderes EU-Thema. Da soll ich noch mal kurz drauf hinweisen. Es gibt noch bis morgen die Möglichkeit, bei der EU-Konsultation zum Urheberrecht mitzumachen. Die EU wird in der nächsten Legislaturperiode, die, wie wir heute gelernt haben, im Mai beginnen wird, beziehungsweise irgendwann später, nach den Sommerferien dann, eine Urheberrechtsreform machen und hat da ganz viele Fragen vorbereitet und braucht halt ganz viel Input. Und wir haben auf netzpolitik.org noch mal heute die Links zu praktischen Tools wie youcan.fixcopyright.eu dargestellt. Das funktioniert so ein bisschen wie Gamification. Da könnt ihr euch einfach durchklicken, je nachdem, welche Zielgruppe ihr seid und dann kriegt ihr nur die Fragen, die wichtig sind, für euch zu beantworten. Ich habe das heute noch mal gemacht. Ich habe hinter jede zweite Frage irgendwie als Antwort geschrieben, hä, wer hat sich denn diese blöde Frage ausgedacht, weil das halt einfach total absurd ist, was die da teilweise fragen. Also die fragen da, ob man es okay findet, wenn zukünftig, wenn man beim Verlinken Rechteinhaber danach fragen soll, ob das Verlinken auch okay ist. also da sieht man halt so ein bisschen das Ziel, wenn da nicht genug Leute mitmachen und sagen, das ist aber eine total bescheuerte Idee, dann fangen die tatsächlich an, sich so absurde Gedanken zu machen, dass man vielleicht später mal für einen Link oder sonst irgendwo rauf jemanden mal Loppes fragen soll, was vollkommen absurd ist. Das war es also. save-see-internet.eu Alle drauf gehen, Fakze schicken, ihr könnt auch E-Mails schicken, noch besser ist anrufen, aber kennt ihr ja, macht keiner. Ansonsten hier durchklicken, gerne überall, hä, blöde Frage schreiben, aber auch gute Antworten liefern, wenn sie konkret irgendwas fragen, wie zum Beispiel, wir holen einen rechten Freemix. Da gibt es verschiedene Fragen, wenn ihr sagt, ihr seid Nutzer und wollt mal was dazu sagen. Danke dafür und es geht weiter. Vielen Dank.